Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin ist unter die magische Grenze von 30.000 US-Dollar gefallen. Wir hatten gestern einen ordentlichen Sell-Off innerhalb von ein paar Minuten. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir direkt am Widerstand wieder zurückgewiesen wurden. War so absehbar, trotzdem keinen Short reingemacht. Wieso, weshalb, warum, werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinkommen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News oder auch Setups, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Alles for free natürlich. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir auch keine Zeit. Soll jetzt auch kein zu langes Update werden, weil wirklich viel hat sich ehrlich gesagt auch nicht getan. Bitcoin momentan 29.800 US-Dollar. Ihr seht hier, wir sind gestern genau hier an der Grenze von 30.400 US-Dollar rejected worden. Wir haben kein höheres Hoch hinbekommen. Das war ja gestern so die Mindestanforderung. Und dann kam halt eben dieses Sell-Off. Genau diese Grenze. Wir haben kein höheres Hoch hier drüber bekommen. Wir haben sogar auch noch drunter geschlossen, nur die Liquidität hier wieder abgegriffen. Und dann ging es nach unten. Ich habe ja dann gestern im Video gesagt, okay, wenn wir dann wenigstens noch ein höheres Tief bekommen, dann wäre wieder eine Chance Long zu gehen. Aber wir sind gnadenlos durchs Golden Pocket gefallen. Sind dann auch zeitweise hier in die Richtung 29.500 US-Dollar runter und konsolidieren jetzt hier ein bisschen. Ich glaube aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt keine neue Long-Position mehr aufgemacht habe, dass wir doch noch ein bisschen tiefer gehen. Wir haben hier immer noch einen sehr, sehr langen Wig. Wir haben hier immer noch das Void, was bis ungefähr 29.230 US-Dollar geht. Und das ist dann jetzt erst einmal so die nächste Richtung, die ich jetzt denke, die wir einschlagen werden. Was ich mir jetzt noch vorstellen kann in den nächsten Stunden, auch hier ziehen wir mal ganz kurz das Fit-Level vom Top bis zum Abverkauf runter, dass wir zumindest nochmal die Marke von 30.100 US-Dollar ja antesten und von hier aus dann nochmal das tiefere Hoch dann nochmal bestätigen und dann nochmal runtergehen. Und dann ist halt eben so die Marke zwischen, ich sage jetzt mal 28.8 und 29.3 ist dann so jetzt die nächste Area, wo ich sagen würde, okay, hier unten können wir eine Long-Position wagen. Wir haben hier eben diese Ineffizienz auf einer 1-Stunden-Timeframe. Das sieht man ganz gut hier. Hier war die letzte Candle, danach ging es voluminant nach oben. Und wir haben halt auch hier noch diesen ordentlichen Wig, der damals sehr, sehr stark aufgekauft wurde. Und den haben wir immer noch nicht gefischt. Ich vermute also, genau unter dieser grünen Linie, die wir hier schon mal gezogen haben oder unter dieser grünen Box, werden noch einige Stop-Loss liegen. Hatten wir auch am Open Interest gesehen. Hätte ich euch auch mal wieder einblenden können, aber ich habe es vergessen. Dass das Open Interest wieder deutlich gestiegen ist, die Kurse aber wiederum jetzt nicht unbedingt. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Long-Positionen hier wieder reingekommen, die natürlich hier unten nur drauf warten, endlich mal zu liquidiert zu werden. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir dann einen dramatischen Abverkauf sehen, sondern eher, dass wir uns eben die Liquidität unten in diesem Cluster hier holen. Zwischen diesen ganzen Boxen, das sind so die nächsten Liquiditionscluster, wo wir sagen, okay, hier unten kommt eine Menge Volumen rein. Wir hätten die Longs, die alle hier oben, sag ich mal, aufgemacht wurden, über die letzten drei, vier Wochen, würden dann liquidiert werden. Und von hier aus können wir dann nochmal einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Es würde mich nicht wundern, wenn genau dieser Schritt kommt und dass wir dann hier oben auch nochmal eine Liquidationskaskade sehen, weil über diesen Hochs, auch bei 31.800 bis ungefähr 32.500 US-Dollar, kann man sehr, sehr gut in der Heatmap eben nachverfolgen, liegt auch eine Menge Volumen noch oder eine Menge Stop-Losses. Je nachdem, wie ihr es nennen möchtet, für mich ist das Volumen, was da oben einfach noch liegt in Form von Stop-Losses, die hier oben noch abgefischt werden sollten, um dann möglicherweise wirklich die größere Korrektur zu bekommen, Richtung 25.000, 26.000 US-Dollar. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon bereit sind, dass eben dieser größere Abverkauf kommt. Wir hatten gestern schon die ganzen Themen mit den sehr, sehr bullischen News. Wir haben so gerade ein bisschen Sommerloch. Diese ganze Binance-Fat-Geschichte, wo ich gestern darauf eingegangen bin, da hat sich auch nichts mehr ergeben. Natürlich, wenn Binance fällt, dann haben wir andere Sorgen. Momentan macht es aber nicht den Einschein. Und dann sind wir ja gestern auch mal kurz darauf eingegangen, dass vor allem, ja ich sage jetzt mal, die traditionellen Märkte extrem am Pumpen sind. Schaut euch das einfach mal an. Wir sind hier komplett langsam, einfach komplett on the top. NDX hat zwar gestern jetzt auch mal korrigiert, SPX ein bisschen. Alle in diesen Zonen, die wir im Wochenausblick darüber gesprochen haben, auch der Dow Jones, kommt langsam so in die Short Area, aber momentan ist es einfach komplett krank bullish. Tesla sehr, sehr gute Zahlen, Netflix gute Zahlen, also die ganze Berichtssaison geht jetzt langsam wieder los in den USA. Da kommt immer viel, weshalb es halt umso schwerer macht, jetzt die Märkte momentan einzuschätzen. Natürlich, wenn die Zahlen gut sind, können natürlich auch die Indizes komplett weiter steigen, aber mir gefällt das alles überhaupt nicht. und so ein kleiner Dämpfer wäre eigentlich gar nicht so schlecht und ich vermute, dass dieser nächste Woche kommen könnte, möglicherweise mit dem Fett-Zinsentscheider nochmal. Wer weiß, was Powell da sagt, klar, es ist eingepriesen, wir kriegen noch eine Zinserhöhung. Die Frage ist, wie richtet er sich danach aus? Kommt noch eine, ist es wirklich die letzte? Okay, dann können wir wirklich Richtung Moon, aber wenn er sagt, okay, in die Wirtschaft geht es top, die Zinsen könnten einfach noch weiter steigen, dann könnte das wirklich der Startschuss sein für zumindest einen kurzfristigen Dump oder sowas. Muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, wie gesagt, momentan Bitcoin würde ich jetzt erst einmal nichts machen. Ich bin hier komplett erst einmal Seitenlinie, wir stehen vor dem Wochenende, das heißt noch weniger Umsätze, noch mehr Volumen, was da in dem Markt drin ist, weshalb wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen abwarten. Wir schauen mal noch auf den Daily-Time-Film, wie sieht es dort aus? Muss man ja auch nicht viel sagen, die Range, ja, wurde jetzt minimal durchbrochen, also wir haben das erste Mal seit langem unter dieser Range geschlossen, sind aber immer noch in dieser größeren Daily-Demand-Zone, also es ist immer noch nicht so dieser entscheidende Schritt. Das heißt, wir werden immer noch gut aufgekauft, heißt aber auch, das Open Interest steigt weiterhin, es werden weiterhin Longs geöffnet. Deswegen wäre so ein kurzer Scam-Wig einfach nach unten nicht wirklich negativ, meiner Meinung nach. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan. Wie gesagt, warten wir mal ab, was jetzt heute im Laufe des Tages passiert. Ich rechne aber nicht damit, dass wir jetzt komplett nach oben hin ballern, weil hier unten einfach zu viel Liquidität meiner Meinung nach noch liegt. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus derzeit? Auch hier wenig Veränderung. Wir haben es auch hier nicht mit einem höheren Hoch geschafft. Klar, wir hatten einen kurzen 4 Stunden Close darüber, wurden dann aber auch wie bei Bitcoin abverkauft. Keine Eigenständigkeit hier im Kurs derzeit, aber man muss hier auch sagen, die Range hält hier auch weiterhin. Es ist zwar eine kleinere Range, beziehungsweise eine dünnere Range hier in diesem Bereich, aber ich traue der ganzen Sache immer noch nicht. Wir haben zwar diesen Wig hier mit dem sehr, sehr viel Volumen aufgekauft, wir haben aber hier drunter auch noch in dieser grünen Box eine Menge liegen. Würde auch dafür sprechen, dass wir hier nochmal eine Etappe tiefer gehen, die Liquidität hier drunter abholen und dann nochmal einen Anlauf nach oben hin starten. Entweder Richtung, hier oben Richtung des Golden Pockets oder eben Richtung 1980. Also ihr seht, es hat sich wenig verändert. Trotzdem, so ein kleines Update ist jetzt vielleicht nicht verkehrt, einfach wie jetzt die nächsten Stunden oder wie die nächsten Tage jetzt erst einmal geplant sind. Und natürlich immer noch so ein bisschen die traditionellen Märkte im Blick behalten. Wenn wir uns die XY mal noch angucken, auch jetzt erst einmal die Erholung, die wir besprochen haben, doppelter Boden, Erholung. Wir haben noch Puffer bis zum Golden Pocket, was die Märkte dann auch nochmal ein bisschen unter Druck setzen könnte. Aber momentan gerade ein bisschen Pause. Wie gesagt, wir haben es kurz vor dem Wochenende, also zu viel Risiko möchte ich jetzt erst einmal nicht mehr gehen. Gut, damit würde ich sagen, war es das wieder für das heutige Update-Video. Später kommt noch das XRP-Update, wie jeden Freitag natürlich für alle XRP-Freunde da draußen. Und dann würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe schauen und wünsche euch einen schönen Start in das Wochenende. Genießt es. Und ja, wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay cool.